Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play The Walking Dead. Ich bin's DJ und es handelt sich hierbei um ein Zombie-Schnetzler-Adventure von Telltale Games. Der Entwickler könnte für euch bekannt sein aus anderen Adventure-Spielen wie Tales of Monkey Island oder Sam & Max. Das ist ein Spin-Off von einer Serie, die auch The Walking Dead heißt, die ich allerdings nicht gesehen habe. Es soll sich aber auch nur um eine Nebengeschichte von der Serie selbst handeln und von daher habe ich da hoffentlich keine großen Probleme. Das Spiel ist derzeit nur in englischer Sprachausgabe und mit englischen Untertiteln vorhanden. Ich bin auch jetzt nicht der Englisch-Profi schlechthin, aber ich hoffe, wir können uns da zusammen durchschnetzeln und trotzdem nicht durch Englisch verrecken, sondern wenn dann durch Zombies. Und ja, ich würde sagen, wir starten mal direkt. Das ist Blind. Ich habe da jetzt gar keine Ahnung, was da auf mich zukommt. Das Spiel ist unterteilt in fünf Episoden, wovon, hier, das kann ich euch mal eben zeigen, wovon bislang nur eine Episode verfügbar ist. Die anderen kommen irgendwann, coming soon. Die erste Episode heißt A New Day und ja, die erzählt uns da mal hoffentlich eine schöne Geschichte. Das Spiel ist zurzeit beispielsweise nur über Download erhältlich, wie beispielsweise über Steam und kostet, glaube ich, 25 Euro. Gut, dann starten wir halt direkt mal, ne? Was haben wir denn da? Choose a Display-Style Standard is more help from UI and feedback when you make important choices, oder minimal. Never spielen mal Standard, würde ich sagen. Ah, ok, da wird mir ein bisschen angezeigt. Ja, das ist, glaube ich, besser für mich. Bin ich hier total am versagen. Ah, ok, da kann man sich noch mal die Episoden angucken. Nein, wir wollen jetzt Episode einspielen. Go, go, go. So, this game series adapts to the choices you make. Nah. Sehr gut. Telltale Games presents Wie ihr seht, ich bin echt ein Englisch-Noob. Das Spiel ist schön im Comic-Stil und da bin ich mal echt gespannt, wie das so ist. Der glotzt mich da an, der Opa. Das ist der Hauptprotagonist, der da hinten in Handschellen sitzt. Well, I reckon you didn't do it, Dan. Ah, ok, jetzt muss man auch immer entscheiden. Why do you say that? You don't, you know what they say about reckoning. Does this really matter? Why do you say that? You know, I've driven a bunch of fellas down to this prison. Lord knows how many. Usually it's about now I get the, I didn't do it. Ah, guck mal, man kann hier so drum gucken. Not from me. Not from me. Because guys in your position already said it enough. Oh, was haben sie denn da gesehen? Ist denn der da ein geiles Laptop oder was? Haben die das bei denen in Amerika? Das muss ich denn jetzt sagen. Ah, ok. Rearview Mirror. Was haben wir denn da? Sagt ihr mir jetzt was? Ah, Macon ist scheinbar da irgendwie so eine Stadt oder sowas. You're from Macon then? Yep, came up to Atlanta to be a city cop in the 70s. Always wanted to work a murder case. Like that senatorial mess you got yourself mixed up in. With all due respect. A real shame, that is. Whoa. Hell, the whole family used to be regulars at your folks' drugstore right in downtown. Still there? Sure is. Good. Das ist die Advised, uh, Menopropor-Kal and Ruthen-Hart-Seal. Serious cases 20 coming in. So what in the, uh, radio or so? Okay, let's see. I got a nephew up at UGA. You teach there long? You meet your wife in Athens? You want to know how I see it? Ja, auf jeden Fall will ich das wissen. Boah, was geht denn da ab, ey? Sure. Komm, sag das, du alter Sack. Regardless, could be you just married the wrong woman. Oh. Fuck you. Ich hab die richtige Frau geheiratet. Ey. Also irgendwo ist da scheinbar was ziemlich groß passiert. Vermutlich sind da schon die Zombies ausgebrochen. Was haben wir denn da? Look at, ja, was sagt das Zombie? Äh, das Radio. All of it. But that box never shuts up. Sit in this seat and pay too much attention and you'll drive yourself crazy. Haha. I'm driving this man once. He, he was the worst one. He wouldn't stop going on about how he didn't do it. He was an older fella. Big, soft eyes behind a pair of smart folk glasses. And he just wailing back there. Says it wasn't him. Crying and snotting all over right where you sit. All officers are available for incoming 2-1-2. All is all. And before long he starts kicking the back of the seat like, like a fussy baby on an airplane. And I tell him he's got to stop. But that's government property and I'll be forced to zap him otherwise. So he stops and having exhausted all his options, he starts crying out for his mama. Mama, it's all a big mistake. It wasn't me. I would like to tell him what he's going to say. Yeah. Man? Not even close. They caught the fucker red-handed. Stabbing his wife, cutting her up as the boys came through the door. He sits in my car screaming bloody murder that it wasn't him. I think he actually believed in himself. It goes to show. People up and go mad when they believe their life is over. I got another good one for you. This one's a little bit less depressing and a bit more hilarious if I do say something. Watch out! Alter! Ist das eine Homo? Aua. Alter. Was war das denn? Da war ein Typ. Der ist mal eh schön platt gefahren worden. Na, passt ja die Polizei nicht auf. Was sind wir denn hier jetzt? Ach, schön. Und wir steigen direkt da rein nach der kleinen Autofahrt und Gelaberei. Das hört sich echt alles nicht so gut an. Wollt ihr jetzt hier weiter schlafen? Oh, shit. Er hat überlebt. Er hat überlebt. Ja, du hast das. Das Bein hat er sich auch noch verletzt. Ja, gut. Kann froh sein, dass er überhaupt noch lebt. Oh. Der Polizeichef ist nicht mehr so gut drauf. Sondern da. Jetzt sagt er der Korb. Hey. Hey, Officer. Are you alright? I'm still cut back here. So, ich glaube, der antwortet mir nicht mehr. Jetzt noch die Shotgun. Aha. Okay, was haben wir denn hier noch? Ada. Was ist das? Die Handcuffs. Ah, die Handschellen, ja. Mach die los. Die kriegen wir nicht los. Dann treten wir halt die Tür ein. Okay, das Fenster. Bam. Mach das tot. Boah. Ist aber ganz schön stressig, da rauszugehen. Now move toward the window using the W-key. W. Look at the door, use the mouse wheel. W-key. Was? So, ich kann da rauskucken erstmal. I need to drag myself out that window. Okay. Los, raus da. Boah, das muss aber wehtun, da so an den ganzen Scherben entlang. So, wo sind wir denn hier? Das sieht eher aus, als ob der verschleppt wurde, der Officer. Was geht denn da ab? Achso, das Bein tut immer noch weh. Was haben wir denn hier noch? Vögel-Switchern haben wir auf jeden Fall hier noch. Wie man meinem Officer hier helfen, ob der noch lebt. Vermutlich nicht. Er kommt, er auf. Was? Mr. Take, der nehmen wir. Aua. Kann man bestimmt irgendwann gebrauchen. So, dann gehen wir jetzt mal hier den Cop retten. Officer? 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 Steh auf, du Stück. Ah. Dann gibt mir halt die Schlüssel. Befreie ich mich jetzt hier. Tja. Schon bin ich befreit. Äh? Nein! Shit! Will ich nicht. Der beißt mir jetzt nicht in die Finger, oder? Lass, befreie dich. Ah, schön. Komm. Knack. So. Das hört sich doch schon viel, viel besser an. Alter! Fuck! S? S, 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 S. Alter, Alter. Okay. Geh weg von mir! Ja, Adventure-technisch, Shotgun nehmen. Und wahrscheinlich mit der, genau, mit der, mit der, mit der, mit der, mit der, mit der Ladung laden. Jawohl, lass sie noch fallen. Genau. Was ist hier? Alter, die konnte man näher. Hilfe! Alter, ich will nicht. Okay. Du musst sterben. Hahaha. Lebt der Zombie noch ohne, ohne Kopf? Not. Ja, sicher. Der ist nicht mehr vorhanden. Alter. Alter. Hahaha. Oh, wen haben wir denn da? Mysterious figure. Da haut der ab. Genau. Das ist Michael. Alter. Warum raschelt das hier? Genau. Jetzt kommen wir noch. Ich will ja nicht. Ja, bist du ein Vogel, ey. Da stolpert der noch über die Leiche. Boah, jetzt kommt das Wettrennen. Was geht denn hier ab? Nein. Hau ab. Alter. Was geht jetzt? Ich sehe nichts. Da lebt ihr jemand zwischendurch. Was ist denn das jetzt für ein Shit gewesen? Ich hoffe, das war jetzt nur einmal. Alter, ich will hinterher rennen. Was ist denn da? Was ist denn da? Ich höre Leute, die auch noch schießen. Rettung der Art. Okay, die kommen hier wohl nicht drüber. Das heißt, wir sind erstmal in Sicherheit. Was haben wir denn hier Schönes? Niemand mehr da. Ach, guck mal, jetzt kann ich mich hier so schön bewegen. Was haben wir denn da Schönes? Ah, ein Teeset. Kann ich mitspielen? Jawohl, erstmal schön den Whisky saufen. So sieht's aus. Wo kann ich mich da oben verstecken?